Yo Leute, ich bin Seraphis und willkommen zur achten Folge von The Forest. In der letzten Folge haben wir auf jeden Fall diese Basis gebaut. Und zwar haben wir unser komplettes Baumhaus umzäunt. Hier hinten sieht man das auch noch ein bisschen. So, auf jeden Fall könnt ihr uns jetzt hier sicher fühlen in unseren vier Wänden. Und in dieser Folge wollen wir auf jeden Fall unsere Waffe verbessern. Ich habe geguckt im Inventar, dass wir beim Bäume abbauen ordentlich Baumharz gesammelt haben. Das heißt, wir können mit Baumharz und Zähnen unsere moderne Axt verbessern. Aber ich würde sagen, wir machen das. Also wir erhöhen die Geschwindigkeit von der Waffe und den Schaden. Unser Plan in dieser Folge ist es, das zu machen. Also mit der Axt. Und wir betreten auf jeden Fall diese Höhle, die wir da hinten ca. entdeckt hatten. Das war glaube ich vor ein paar Folgen. Und ich hoffe, wir überleben das. Also wir kommen da lebend wieder raus. Und deswegen Leute, lasst ein Like dafür, mehr von The Forest. Wir gehen erstmal hier runter. Und legen uns was aufs Feuer, würde ich sagen. So, pack erstmal was aufs Feuer. Wir haben was aufs Feuer gepackt. Wir trinken noch was. Wir essen was. Und ich würde sagen, wir machen das jetzt kurz. Und zwar, wir legen die Axt da drauf. Wir klatschen alle acht Zähne drauf. Zack. Und noch Baumharz. Let's go. Okay, ich würde sagen, wir gehen los. Da ist es. Boah. Alter, ich hasse Höhen, ne? Okay, runter. Boah, ich sehe gar nichts, ne? Warte. Ich hoffe, ich höre keine Gegner. Okay. Wir sind unten, Leute. Aber es geht ja noch tiefer. Okay, ich würde sagen, wir gehen tiefer. Boah, wir verlieren leider Ausdauer, ne? Es ist immer schön ruhig in den Höhlen. Also, schön ist es jetzt nicht. Es ist eher gruselig ruhig. Ich würde sagen, gleich zünde mir direkt unsere... ...Waffe an. Ich sehe gar nichts gerade. Ach nee, es geht noch weiter runter. Okay, dann gehen wir runter. Hier liegt auf jeden Fall Stuff. Okay, wir heben alles auf. Oh, Medizin. Okay, erstmal nehmen wir Medizin zu uns. Komm, solange Medizin noch da ist, nehmen wir noch eins. Und noch eins. Bringt das überhaupt was? Okay, komm, zünd die an. Ich höre Gegner, glaube ich. Ja. Ach, dahinter waren die. Gehen wir da hin? Wir kriegen das nicht auf. Oh Gott. Er kriegt das auf. Ich habe eine Axt, Junge. Ich habe eine Axt. Was willst du? Was willst du, Alter? Oh Gott. Pack Stoff dran. Pack Stoff dran. Da ist so ein Baby oder so, ne? Ja, ich mache mir auf jeden Fall ein Feuer. Da ist es. Dich haben wir, Alter. Aber ich glaube, ich höre noch was. Ich höre noch eins. Und noch so ein. Locken wir die hier raus? Ja. Ja, würde ich sagen. Komm doch. 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 Haben wir den? Ja. Der Forest ist nur noch ein Kinderspiel. So, wo bist du? Hier ist ein Feuer. Ist das noch von uns? Keine Ahnung. Wo bist du? So, die Leiche nehmen wir kurz mit. Zack. Ich brauche Knochen. Für Knochenrüstung. Ich würde sagen, erstmal warten wir auf die Knochen. Oder komm, wir suchen den. Aber auf jeden Fall darf ich die nicht unterschätzen. Die sind stark. Die machen ordentlich Damage. So, Knochen. Okay, Knochenrüstung. Ach, hier ist der. So, jetzt haben wir den. Okay, jetzt rüsten wir uns aus. Okay, ich glaube, wir können schon mal drei Rüstungen machen. Zack. Okay, uns fehlen ein bisschen Stöcke. Ich habe noch so ein Baby. Digga, können die mal chillen. So, aber jetzt haben wir ordentlich Knochenrüstung. Und jetzt geht unsere Reise weiter. Hier sind Koffer und so, ne? Ja. Ein Outfit, aber das ist eigentlich cool. Medizin. Alter, wie schnell geht so ein Stoff ab? Also, gibt es irgendeine geile Lichtquelle in dem Game? Was ist hier? Hier geht es noch weiter runter. Dizer. Zack. Gehen wir erstmal hier lang. Okay. Moin, moin. Okay, bisher nix. Ja. Nein, ich kenne euch doch. Oh Gott. Den kenne ich doch. Das ist unser Kollege. Oh, oh. Äh. Wir laufen erstmal zurück. Ich weiß jetzt nicht, was wir machen wollen. Wollen wir uns mit dem schon wieder anlegen? Sprengstoff. Habe ich alles? Zack. Habe ich eine Uhr? Münzen brauche ich? Äh. Moneten? Wir haben keine Moneten. Reicht diese Waffe? Ist ja die Frage. Leute, ihr wisst, was das heißt. Wir bauen uns etwas auf. Damit wir das Spiel speichern können. Und was fehlt uns natürlich? Richtig Stücke. Aber ich glaube, hier waren welche. Wir haben gespeichert. Jetzt rüsten wir uns aus. Und zwar, wir machen Molotow Cocktails. Fünf Stück. Zack. Wir müssen uns theoretisch einfach nicht treffen lassen. Aber erstmal will ich diese anderen besiegen. Den da. Renn doch. Renn doch. Ratte. Kommt der wieder? Ja. Was? Was macht der? Komm doch. Digga, das wird zu einer Lachnummer. Der kann mich mal. Ja, geh doch. Alter. Komm doch. Trau dich. Der traut sich nicht. Ach. Komm doch. Boah. Okay. Der kommt auf jeden Fall näher. Hä? Wo ist der hin? Okay. Im Treffen bin ich jetzt auch nicht im Pro. Wenn man sieht. Der kommt von hier. Oh Gott. Okay. Okay. Das ist beängstigend. Wie viel die aushalten. Meine Mutantenrüstung ist auch tot. Machen wir uns erstmal die Rüstung. Aber ich glaube seine Kumpanen habe ich alle. Das heißt wir müssen uns nur noch ihm widmen. Wir speichern noch kurz. Wir snacken was. Trinken was. So. Sammeln die Knochen. Erste Rüstung. Ich kann zwei machen. Immerhin haben wir ein bisschen Knochenrüstung. Vielleicht können wir ihn auch nur mit der Waffe besiegen. Weil ich habe nie mit so einer Waffe gegen so einen gekämpft. Boah. Da ist er. Ja rate mal wer brennt. Da sehen wir uns wieder. Der springt gut. Gut. Okay. Wir liefern uns auf jeden Fall einen guten Duell. Boah. Wir liefern uns einen fairen Kampf. Das muss ich schon sagen. Und ich höre seine Kumpanen. Okay. Es tut mir leid, Bro. Okay. Okay. Das kommt nicht. Das kommt wenig überraschend. Es könnte mein Ende sein. Next. Zack. Ich sehe, dass der brennt. Nächster. Okay. Die brennen alle verdammt gut. Alter. Das ist geisteskrank. Und ich bin tot. Ich bin tot. Leute. Ich habe auf jeden Fall neu geladen. Es gibt ein Problem. Es ist nicht so, wie es war. Also. Dieses Tor steht wieder. Das heißt, es müssten alle leben. Ich verstehe das nicht. Ich versuche nochmal neu zu laden. Ich habe gerade wieder geladen. Es hat nicht geladen. Ich werde mich darum noch kümmern. Aber damit wollte ich auch noch die Folge beenden. Also damit würde ich sagen, das war es mit der achten Folge von The Forest, Leute. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn ihr mehr so wollt. Abonniert diesen Kanal, um keine neue Folge zu verpassen. Es ist auf jeden Fall einiges, wenn mal wieder passiert. Checkt meinen zweiten Kanal aus. Link in der Beschreibung. Folgt mir auf Insta. Alles ist in der Beschreibung verlinkt. Habt noch einen schönen Tag. Und ciao.